Die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drexler wird bei der Heim-EM der Leichtathleten in Berlin, 6. bis 12. Aus als Kampfrichterin in die Grube zurückkehren, es ist schön, etwas an der Basis zu tun. Ich möchte dabei sein, ich möchte helfen, ich möchte auch etwas zurückgeben. Und ich will die Sportart fühlen, sagte die 53-Jährige im Interview mit dem Generalanzeiger Bonn. In Berlin sei sie als Kampfrichterin für alle horizontalen Sprüngen vorgesehen. Ihr Aufgabe dabei, eine vergleichsweise einfache, den Sand glatt ziehen. Aber auch das ist körperlich anstrengend, wenn man es stundenlang macht, sagte Drexler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017